Ein Croby, oh mein Gott, die Aufnahme läuft übrigens. Ich würde sagen, dass wir da gleich nach hinten rauslaufen haben. Ja, wir laufen aus. Wir laufen aus? Ja, geradeaus. Also, auslaufen ist schlecht. Ich lauf geradeaus. Das ist im Nachhinein, wie man so sagt, ziemlich doppeldeutig, oder? Ich hab' schon langstens. Gut, und endlich geht's los. Ich hab' gerade noch nicht S-G-Wort getippt gehabt. Es geht los in 20 Sekunden, also nicht mehr 20, sondern wahrscheinlich eher 10 Sekunden. 10 Sekunden. So, wir flitzen dann direkt raus und... 4, 3, 2... Ich hab' schon wieder keinen Hunger mehr, also keine Hungerkeulen mehr. Ich geh' dann mal direkt in das erste Haus rein. Das kommt gleich hinterher. Ich geh' nach oben. Und oben ist nichts. Okay. Super, das hat sich gelohnt nach oben zu gehen. Ich habe... Was ist das Haus? ...einen Brustpanzer... ...einen Goldhelm... ...und ein Holzschwert. Und ein Bett gefunden. Lass mich raus, komm. Ich hab' ein Brustpanzer gefunden. Wunderbar. Ja, ja, genau. Und das Holzschwert halt noch. Was ist da drin? Mann, ich find' das so bescheuert, dass du nicht mal hier... ...verrotten ab, kaputt machen kannst. Äh... Komm' mal her zu dem Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Ja, ich weiß, was du meinst. Hab' ich vorhin, glaub' ich, gesehen. Wir müssen uns da mal reinspringen. Oh, geht gar nicht. Verdammt. Oh, oh. Was? Oh, ich dachte, du seist ein anderer. Nein, 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 nein. Noch bin ich ganz lieb und so. Aber ich glaube, es sind ja auch nur acht Spieler. Ich war fast verhungert, Alter. Da kommt einer angeflogen? Ja, kreativ. Alter, Alter, wenn du mich jetzt erschlägst. Wo ist er? Alter! Der hackt! Hast du was gefunden gehabt? Ja. Ich hab' ne Goldhose für dich. Ne, nimm du die erst mal. Ich hab' eine. Ich hab' ja auch ganz viel Zeug. Danke, reicht, passt. Okay, jetzt haben wir noch mehr. Jetzt bräuchte ich noch einen Helm. Wunderbar. Ich hab' ja auch noch einen Lederhelm, wenn du einen brauchst. Hast du ein Schwert, ja? Ja. Dann hab' ich zwei Stück. Ich hab' mal nichts zu essen. Oh mein Gott. Und ich brauch's auch momentan nicht. Ich hätte sagen, wir versenken mal die ganze, das ganze überflüssige, minderwertige Equipment. Ich hab' mal die Tür da unten zugemacht. Im Ofen. Fall der Fälle. Geh' nur hier raus. Ich hab' Angst. Ahhhh. 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 Was ist hier? Oh, hier geht's runter. Wozu fick' bist du? Ah, da. Pass auf, dass du jetzt nicht irgendwo in ein Loch rein plumpst. Ahhhh. Und drück' bitte bloß. Da kommst nicht drüber, gell? Nee. Schade aber. Da geht's aber noch hoch, ne? Nice. Pfeile. Und auf der rechten Seite ist auch noch ganz viel drin. Du brauchst was zu futtern, oder? Ich hau's wieder in die Truhe rein. Rechte Seite aber. Ja. Danke. Kein Ding. Habe ich jetzt eigentlich ein komplettes Equipment bis auf die Schuhe? Ja, ich hab' Schuhe. Kannst du... Achso, hast du noch überflüssige Schuhe? Nein, leider nicht. Schade. Ha. Schade, schade, schade. Es geht los. Wir sind noch fünf Spieler. Zwei davon sind wir. Du bist du? Da bist du. Ja. Fuck. Oh oh. Was? Wie kommt man hier raus? Haha. Ah, okay, so. Fest! Haha. Gut, jump and run. Ist ja mal geil. Ich folge dir auf Schritt, auf, auf Tritt und Schritt. Aber nicht in den Schritt. Haha. Haha. Guter Witz, guter Witz. Äh, nein. Vorsicht, Loch. Was? Wo Loch? Wisst du das? Da, Loch. Tiefes Loch. Hehe. Und man nicht mehr raus. Gute Möglichkeit eigentlich, um sich zu verstecken im Notfall. Ja. Wenn du dich da drin versteckst, kommst du nicht mehr raus. Ja. Ein bisschen überflüssiges Zeug raus. Sag mal, hast du auch immer noch einen Geschwindigkeitsboost? Ja, ja. Okay. Wo bist du? Da ist es. Auf so einem Getreidefeld. Hä, ne, das bin gar nicht ich. Mazzacke! Hier drin gibt's keine Kiste. Ja, merci. Da drin gibt's keine Kisten. Da drin gibt's keine Kisten. Und ein Stockwerk weiter oben. Hier gibt's aber keine Kisten. Aber nur eine kleine Kabine haben sie reingebaut. Oh. Ist hier auch ein Restaurant. So wie das aussieht. Ich hab ne Kiste gefunden. Ich hab ne Kiste gefunden. Wie finde ich? Ja, da gibt's Futter und ein Schwert. Brauchen wir ein Schwert? Kommt man hier wieder runter? So. Da, okay. Gehst du noch weiter hoch? Nee, aua. Gehen wir mal zu der Mühle. Mühle! Ich muss sagen, das ist schon sehr schön gebaut hier, ne? Alter, guck dir das Feld an! Hm? Das ist ja mal nice. Gut, schaut clean aus. Es ist, es schleicht jemand. Hm. Ist jetzt aber nicht viel zu sehen. Kommt man auch nicht hoch, ne? Doch, man kommt hoch. Hm? Nein. Verdammt! Jetzt kommt man nicht mehr hoch. Von hier aus kommt man hoch. Na? Wenn man springen kann. Ah, lass es doch. Macht dir keinen Sinn. Wo sind sie? Wo sind sie? Aha. Okay, hier ist noch mal. Ah, hier sind Schuhe. Das ist ja cool. Welche brauchst? Ja. Ich nehm sie mal mit. Hallo. So, ich schmeiß sie dazu. Da. Merci. Hast du noch Futter? Ja. Schön. Irgendwie nimmt mein Futter gar nicht ab. Ich weiß auch nicht warum. Kommt man da hoch. Was ist das eigentlich in der Doppelkiste? Die geht nicht ab. Die geht nicht ab. Schade. Wie viele Leute sind wir denn noch? Immer noch fünf. Seid ihr Team? Nee. Einfach mal glatt lügen. Nein. Wer ist Team? Wer ist Team? Team? Heißt hier jemand? Team? Wo bist du? Äh, wir sind draußen. Wo ist draußen? Da. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Schlag ihn. Der will mich umbringen. Wir sind zum... Nein. 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 Was? Ich bin in ein Loch reingefallen. In ein Grab. Fuck. Hier. Auf dem Friedhof. Pass auf. Das sind Löcher. Ah. Wieso bist du in... Wie bist du da reinkommen? Ich bin reingeplumpst. Äh. Soll ich mich zu dir stellen? Nein. Nein. Halt mal kurz. Ähm. Geh mal kurz da weg, damit ich dich nicht schlag. Nein. Du kannst die Blöcke nicht drauf bauen. Aber ich könnte mich rausbacken eventuell. Äh. Ach. Verdammt. 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 Oder warte mal. Geh mal auf die andere Seite und schlag mich dann, wenn ich hochgepackt bin. Aber nach Möglichkeit nicht mit dem Schwert. Mit der Faust. Ich find's ja nicht irgendwie so richtig. Haust du mich jetzt schon? Ja. Ziehst du dir überhaupt Leben ab? Ne. Ich bekomm gar nichts ab. Bist du? Sind du denn? Ja. Du müsstest in die andere Richtung dann schon hauen, dass es mich rauskommt. Ja. Hab ich ja auch, aber. Du hast doch keinen Schatten bekommen. Ich bin tot. Du schlag dich mit dem Stick. Ja. Da hab ich jetzt was abbekommen, aber... Jetzt hängst du aber immer noch so halb in dem Block. Fick die Waldfee. Sorry. Das musste jetzt sein. So ne gute Runde und ich stepp plumpst da einfach rein. Und wir sagen die ganze Zeit, pass auf. Pass auf. Ja, aber komm. Das ist jetzt die einzige Map auf diesem Server, die wirklich Löcher hat. Das ist doch... Das sind immer noch... Filmverbieler. Das ist... Oh. Ich wäre jetzt auch fast reingefallen. Nein. Also hier gibt es ja auch nicht irgendwie Blöcke, die man setzen kann. Oder Kürbisse oder sowas. Guck mal, ob du einen Kürbis abbauen kannst. Nein, ganz auch nicht. Hab ich schon mal probiert. Fuck. Ich würde ja lachen, wenn's dann alle hier reinfallen und wir dann hier jetzt halt uns noch... Aber ist was? Hä? Ist was? Ich komm auch. Nein! Nein! Was, wir können uns eh nicht groß fahren von vielen Seiten. Duck durch, damit sie uns nicht sehen. Und mal nachfragen, wo seid ihr? Im Chat geschrieben, ich komm nicht zum Spawn. Der ist aber gar nicht bei uns. Warte, möchtest du gehen? Nein! 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 Och, Mann! Wird ihr bitte mal zu uns kommen? Das war jetzt echt nötig, ne? Das ist ja auch noch mein Hups. Ne, klar. Oh, nein! Lass nicht auf mich drauf springen. Nein, leider nicht. Aber du könntest gucken, ob du mich raushitten kannst. Oder ich dich... Warte mal, ich hitte dich mal raus. Fang mal an zu hüpfen da an der kurzen Seite. Ja! Gut, jetzt haut du mich. Stell dich mal an die Seite. Andere Seite? Wir an dir auf die andere Seite. Ne. Nach Möglichkeit. Und wenn ich gerade oben bin. Fast. Nochmal. Jetzt. Fast. Nochmal. Fast. Fast. Nochmal fast. Fast. Sie ist auf einmal fällt der Tod um. Ich schreie dann schon. Fast. 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 Stopp, ich muss was essen. Hast du mich gerade mit der Hand geschlagen? Ja, mit der Hand habe ich dich geschlagen. Du wohl nicht? Fast. Nein. Nein. Alter, ich recke nicht so schnell wie du mich haust. Mach es mal hier nochmal. Guck mal, ob du auf die Füße hauen musst. Haha. Fast ey. Fast. Fast. Also wir haben uns gefühlt, dass einer von hinten gleich kommt. Nein, ein Geschmachy, ich hatte noch voll viele Herzen, Alter. Nein, Geschmachy, ich hatte noch voll viele Herzen, ich war nicht tot. Ach, ich glaube, wir waren die letzten zwei Spieler. Äh, nee. Ich bin immer noch drin. Äh, ich hatte noch voll viele Herzen, Alter. Ja, hast du vielleicht gerade einen Block abbaut, probiert? Nein, eigentlich nicht. Wie war das nochmal? SG, Spectrate und dann Arena nochmal. Wo waren die sechs? Äh, ich weiß es nicht mehr. Ja, das schaut dann noch aus. Du kannst mal wenigstens sagen, wie die anderen vielleicht sind. Ja, ich ghoste. Gollum versteckt sich, Alter, wie ist der da hochgekommen? Das sind drei. Scheiße, das sind drei Spieler. Nein, das sind, doch, es sind drei Spieler übrig. Gollum hackt aber. Gollum ist ein Hacker. Am Fliegen. Oder wie? Ja. Okay. Und andere? Da sind noch zwei. Warte, ich guck mal kurz. Ähm, die sind beim... Wie der andere auch gleich schreibt. Wo ist denn der? Warte, genau da. Stopp, stopp, stopp. Da in der Scheune drin. Gerade auch sind die Scheune rein. Aber da drin sind drei Spieler, wie gesagt. Oder vier. Warte mal, ich guck nochmal nach. Geh mal in Styles. Die sind gerade mit dem anderen Hacker beschäftigt. Die sind zu dritt, ja. Ja, ich seh's. Wie sind sie sich gegenseitig zu Tode? So, Gollum ist jetzt tot. Die sind, die, der, der... Kyububi ist ziemlich angeschlagen. Wenn du einen von den beiden rauslocken kannst, der eine kommt jetzt rausgerannt. Achtung. Naja. Die sind beide rausgerannt jetzt. Ich hab doch gehabt, sie haben mich gesehen. Aber... Schnapp dir den... Na, warte, 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 warte. Warte, warte. Der Kubi hat dich gesehen, der hat dich gesehen. Hit ihn, der andere kommt von der anderen Seite. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein. Schade. Schade, okay, die machen dann noch ein fettes Deathmatch untereinander. Wo ist er? Wo bist du? Ähm... Einfach Shift und Links-Click. Hä? Bist du da? Ja. Siehst du die beiden, wie sie sich festen? Und... Da, wo die Blitze anschlagen. Welches war's? Die Sex? Ja. Ah ja, okay, es ist, glaube ich, gleich zu Ende. Ähm... What the fuck? Der eine rennt jetzt weg. Nein, nein, lass mich! Ich will das nicht! Fass mich nicht an! Und dann bleibst du da, du kleine Bitch! Äh... Hallo? Ach, apropos an alle, die sich jetzt irgendwie wundern. Ich hab heute mal die Underfreak... Am Frequenzgang vor meinem Mischpult ein bisschen rumgeschraubt. Weil ich den Eindruck hatte, dass meine Mikrofonspur doch immer relativ basslastig war. Und damit ist das Spiel vorbei. War nice. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.